So, willkommen zurück bei Vampires the Masquerade. Ich bin stillalive88 und heute hauen wir jemanden aufs Maul. Und ich hoffe, ich bekomme nicht aufs Maul. Also das war schlagen. Gut. Äh, ja. Mein PC ist noch kalt. Man merkt es. Ah, super. Y war das. Gut, schauen wir uns noch ein wenig hier um. Es ist natürlich wieder Samstag. Frühs. Diesmal sogar halb elf schon. Wow. Ach, ich hab wieder mein Nicht-Gefrühstückt. Yay. Gimbal. Ein bisschen komisch geschrieben. Egal, egal, egal. Spielgefühl. Ja, was gibt's hier? Äh, kranke Scheiße. Sehr kranke Scheiße. Oh, Blut. Auf. Ach nee, das war wohl... Äh, F. Ah. Ein bisschen mehr hätt's sein können, aber gut. Wie ist eigentlich meine Tastenpflegung? Ich habe keine Ahnung. Egal, Hauptsache ich weiß, wie ich mit... dass ich mit eh aufs Maul hau. Und... Ja, genau, das war trinken. Okay. Okay, weiter geht's. Mach auf. Ewo, das erinnert mich jetzt ein bisschen an Hostel schon. Bleh. Ihh. Ey, da ist da einer eingebrannt. Hier ist das Gesicht. Hier so der Brustkorb. Äh, Arm, Arm, Bein, Bein. Eber, auch, blut. Wie, Tf. Ist ja ekelhaft, jo. So, weiter gucken. Ewo. Nicht? Hm, ich bin zugegangen. Okay. Pfui. Falsche Taste. So. Mach zu das Ding. Batsch, batsch, batsch. Was gibt's hier noch Schönes? Uäh. Okay, nee. Das heißt... Jaja, Mr. Gimble, ein sehr netter, freundlicher Mann. Und hier speichere ich. Äh, Spiele speichern. Weil ich nämlich so intelligent war, wie ich halt bin, dass ich keine Waffe habe. Yay. Aber naja, was soll's. Komm hier. Gimble aufs Maul. Ach nee, wer war das wohl noch gar nicht? Ne, doch. Jo. Ja, Gimble, that guy's been taking pieces off of me and McGee over here for the last three days. He's crazy, man. Freaking crazy. Juh. Hey, hold it. Huh? Aue. Wo ist denn hier? Gibt's hier ein Zielanweis? Äh, sterbe. Boah, ich hab' ich überhaupt geplant, ey. Pimmel, ey. Geh sterben, du Arschloch. Au, 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 au. Das kommt doch voll, wenn man nicht trainiert ist in diesem Spiel mehr. Du dummes, gimbelisches, Arschgewichses. Hab ich nicht jetzt gesagt. Äh, 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 äh. Lauf mir nicht hinterher, Mann. Blödes Sackvieh. Jo, wow. Epische Kämpfe. Ich hab' keine Ahnung. Kann man den immer anvisieren? Ich will ne Waffe. Ich will ne Waffe. Ich will raus, ne Waffe. Boah. Waa. Hilfe, 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 Hilfe. Oh, scheiße, aua. Oh, 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 geh weg. Boah, ist das im Penis? Oh, oh, okay, geht doch, du verd... Ähm. Mensch. Was sind denn hier auf meinen Scheißt-Tasten, diese... Oh, ich hab nix belegt. Der Typ ist so... Schnappln dir doch mal, Schlampe. Die macht aber auch nicht. Die ist dumm zum Scheißen. Okay, doch weg, ey. Hilfe. Jetzt brauchen wir jetzt hier erstmal ein paar Tastenbelegungen, ey. Tasten? Das geht jetzt bestimmt nicht mal. Och, für den Arsch, ey. Ähm, muh, ne? Ein bisschen Scheiße ist das ja gerade schon. Okay, weg, ey. Kein geeignet ist hier, du kriegst leidens hier. Wieso historie? Ah! Was hat sich denn geändert? Ach das. Uhuhuhu. Gehst du weg? Och, das ist ein Pisserer, ey. Boah! Geht hier nie mit ohne Waffen. Miene. Ach, geht doch, Mensch. Ach. Ich krieg gleich auch noch eine Raserei. Ich hab kein Blut mehr, aber du bist tot. Jetzt geht's gleich ab, ey. Oh Gott. Wo ist denn das? Ah, ah, ah. Leute, das ist Scheiße ohne Waffe. Warum machen wir so Scheiße? Ah. Wo ist denn mein Inventar? Ich finde, ich war mein Inventar abzüberschneid. Oh Gott. Das kann ich bestimmt nicht so nehmen. Doch. Ich kriegst du mal, du Schlampe. Schlag in. Oh. Maul. Ich drück hier wie bekloppt. Die Pfadze macht's nicht. Ich bin halt kein Kampf. Wann. Hier. Letztlich. Boah. Epische Kämpfe. Mann, Mann, Mann. Und ich bin unsichtbar. Danke, Mann. Du bist ein Lebensstabler. Ich war nicht sicher, ob ich es machen würde. Ich sage dir, ich bin auf ein paar weirre Beispiele, aber dieser hat das Kacke genommen. Hier ist Johnny. Ah, ah, ah. Das ist lustig. Kass es mit den Karsen-Jokes, bitte? In case du nicht merkst, das ist nicht genau das Tonight Show. Ich finde es lustig. Naja. He did? Oh, Mann, that's solid. I owe that guy big. I hope I can figure out a way to get him back for this. What? Oh, no, Mann. No, no, no. Not for me anymore. Look at my hand. Gimbal took my trigger finger for a trophy. I'm all through with this business. I hate to leave Arthur an alert, but that's just the way it is. Joa. Ich nehm eins. Tschüss, Typ. Oh, dieses. Wo ist dieser Gimbal, ey? Ich mach eben. Hey, aber ich hab ne Waffe. So. So, so, so. Ne. Wo sind diese Scheiß? Ah. Ah. So. Jetzt ist mal hier. Ja, nahe kann. Passt schon. Äh, ja. Nimm mir den erstmal. Hauptsache irgendwas. Ich hab das immer so gemacht. Blutkonserve. Blutkonserve. Hier, wo will ich doch? Achso. Hm. Blutkonserve. Aristokraten. Und. Komm her, Ahn. Genau. So. Eins. Yeah, wir haben ne Waffe. Schülülülülül. Damit geht's doch schon viel besser. Äh. Jo. Ein hilfreiesisches Händchen von Mr. Gimbal bekommen. Äh, Y nochmal wieder. Hm. Ja schön. Ist hier noch irgendwas drin? Boah, war das ein Kampf, ey. Das speicher ich doch mal direkt. Bisschen peinlicher schon. Aber ja. Ich habe tatsächlich dieses Spiel schon mal durch. Ne? Aber, Toastkampf ist nun mal nicht meine Disziplin. Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Raus, raus, raus. Ich will ja nicht mehr. Nein, du ein dummes Gimbel-Arschloch-Style-Fab. Ja, ja, weg hier. So ein Scheiß. Aber wir haben gewonnen. Yay, und eine Waffe. Eine hübsche Waffe. Ja, und was tun wir jetzt? Gehen wir noch zu dem Killpatrick. Genau, und sagen eben. Wir berichten Ihnen von unseren unglaublichen... ...glaublichen Kamm. Na, das ist... ...vor bin ich fertig? Puh. Ich habe doch eigentlich... ...drei. Vier? Vier. Manchke Menge. Hm. Also, ein bisschen könnte ich ja mal... Aha. Das können wir dann nie. Ach, egal. Das mache ich dann. Ich gehe jetzt erstmal zu dem Typen. Oh, egal. Um hier lang. So. Mann, 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 Mann. So hart hatte ich den gar nicht in Erinnerung. Na gut, mag daran liegen, dass ich... ...schon ne... ...ne Waffe hatte. So. Und rein geht's. Wie, das hängt sich jetzt auf. Nein. Ja, reden wir noch schnell mit dem Typen. Gut, ist... ...und das hart. Jure Typ. Er kommt nicht zurück. Sein jugender Finger... ...wurde zu einer verrückten Trophäe. Jaja, ich mach mal hier mal. Ich, äh, eins. Ja. Singen Sie mir ein Lied, oh rundlicher. Äh, aber... Ich werde Ihnen diesen Kopf bringen. Gut. Gut, 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 gut. Äh, Nummer zwei. Ja. Ach ja, ich krieg ja noch Geld. Vielen Dank. Schwappel-Junkie. Jajaja, jetzt kann ich jetzt gehen. So. Okay, äh, Leute. Wir haben den Typen befreit. Äh, epischer Kampf in der Folge. More Spaß, Spannung, also alles dabei. Äh, dann verabschiede ich mich hiermit schon wieder von Vampires The Masquerade. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, morgen bei Minecraft. Äh, bis dahin. Euer Rüste. Hütte